So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Links Away A. Okay, das war jetzt total falsch. The Legend of Zelda A Link to the Path, wo wir im letzten Part, ja, endlich einen weiteren Schlüssel gekriegt haben für den Ice Dungeon und dann natürlich auch dieses schicke blaue Gewand, wodurch wir jetzt in der Lage sind, ein bisschen mehr auszuhalten. Beziehungsweise, unsere Abwehrkraft hat sich jetzt minimal erhöht. So kann man das Ganze jetzt am besten betiteln. Unsere Abwehrkraft hat sich jetzt minimal erhöht und mit minimaler, erhöhter Abwehrkraft wollen wir dann auch mal versuchen, endlich den verdammten Ice Dungeon mit seinem mörderischen giftgrünen Pinguin mit seinem bescheuerten Schatteneidechsen mit seinem bescheuerten Stacheln und was weiß ich, was da noch war, zu erledigen. Eismonster-Stacheln Dann natürlich mal wieder diese komischen Totenkopf-Sensen Totenkopf-Sensenblätter Sägeblätter Die einen Mana entziehen können Dann natürlich mal wieder diese verdammten Quallen Das Beste dabei ist jetzt natürlich Wir haben den Großteil Ja, wir haben den Großteil der verdammten Türen schon geöffnet Im Großen und Ganzen dürfte es jetzt keine Probleme mehr geben Aber es gibt natürlich jetzt noch Probleme Gut, jetzt versuche ich jetzt bloß noch diese Pinguine hier zu erledigen wegen der magischen Kraft Und das habe ich jetzt auch in diesem Fall geschafft Jetzt gibt es allerdings hier wieder ein klitzekleines Problem Okay, klitzekleines Problem Fast erledigt So, jetzt müssen wir natürlich erst mal wieder hier durch Dann nach oben Dann, er sagt, jetzt wieder zu einem Bomben wechseln Ach, ist das doch jetzt Eine nervige Angelegenheit Nacheinander Ah, verdammt nochmal, jetzt sei endlich mal erledigt So Ernsthaft Wieso mussten es ausgerechnet auch mal wieder solche komischen Quallengegner sein Oder generell, wieso mussten das jetzt ausgerechnet wieder solche widerlichen Gegner sein Gegner sein Naja, das Beste an der ganzen Angelegenheit ist jetzt natürlich Ich weiß genau Wie man am besten jetzt das Ganze hier machen sollte Okay 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 Oh, jetzt bin ich wieder hier verdammt nochmal abgerutscht Das gibt es doch nicht Dieser Ort ist zu rutschig Toll Toll, toll, toll Alles wieder viel zu rutschig Na gut Jetzt kommen wir aber so langsam mal wieder in den gefährlichen Bereich Hinein Gut Jetzt wird es wieder an der Stelle gefährlich Weil wir natürlich nicht wissen Wie kommen wir jetzt da durch Ohne Schaden zu nehmen Warte mal Wo muss ich jetzt überhaupt hin Wenn ich diesen Weg jetzt gehe Hab ich jetzt glaube ich Ne Sackgasse vor mir Okay Das war jetzt auch wieder falsch Oh komm schon Jetzt geht die verdammte Treppe runter Ernsthaft Niemand braucht so lange eine Treppe runter zu gehen wie Link So Jetzt Müssen wir hier runter Ja genau Jetzt müssen wir erstmal hier runter Es wäre zwar jetzt natürlich noch besser Wenn wir natürlich irgendwie die beiden Barrieren Seiten Dort zerstören könnten Weil dann könnten wir auch irgendwie hier runterfliegen Bei den ganzen Kesseln Ach wisst ihr was Wir gehen einfach den nächsten Weg Okay Das sieht jetzt schon mal wieder passender aus Na toll Jetzt wieder das Wieso musste man diesen Blödsinn eigentlich hier einbauen Na gut Links oder rechts Tja links oder rechts Das ist jetzt gleich Erst einmal die Frage Wo wir am besten jetzt mal längst gehen sollten Links oder rechts Links oder rechts Bei beiden Wegen Fallen wir gleich in der Tonne rein Ich entscheide mich einfach mal für den rechten Weg Okay Hier gibt es also Feen im rechten Weg Gut zu wissen Gut zu wissen Darf man nicht vermissen Jetzt müssen wir den linken Weg mal nehmen Es kann ja beim besten Willen ja jetzt nicht Beides Okay es könnte vielleicht beides Der Weg zu den Feen sein Ach na toll Okay man kann eigentlich auch noch irgendwie die Zungen hier benutzen Aber ich will jetzt keine Ver- Naja die Zungen kann man jetzt wie es aussieht hier nicht ziehen Wartet mal wenn beide Wege jetzt eigentlich Das gleiche beinhalteten Wo kommen wir dann jetzt allerdings Ah ich verstehe Ernsthaft das Teil darf man jetzt nicht verschieben Na gut Geronimo Ernsthaft Daran scheitert es jetzt mal wieder Dadurch dass wir den verdammten falschen Eisblock heruntergeworfen haben Huh? 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 Ach, na toll. Das bringt uns auch wieder nichts. Nein, das hat uns jetzt auch wieder nichts gebracht. Und weshalb, weil wir den verdammten falschen Eisblock... ...warfen. Na gut, weiter geht's. Okay, das sieht wieder nicht gut aus. Ja, jetzt sind wir wieder an der gleichen bescheuerten Stelle angekommen. Aber wozu sind die anderen beiden Eisblö... Nicht Eisblöcke, sondern... Okay, wartet mal. Wo kam ich jetzt hier nochmal raus? Tja, keine Ahnung, wo ging's jetzt... Ach, hier nochmal hin. Tja, gute Frage, nächste Frage. Hm, dieser Weg hat uns bis jetzt... Tja, der Weg bringt uns aktuell... ...nirgendwo weiter. Außer natürlich da in die Ecke hin. Wo wir natürlich immer wieder die ganzen Bomben benutzen müssen. Immer wieder erledigen wir neue Skelette. Immer wieder... Immer wieder... Immer wieder... Tja, und was bringt uns das im Nachhinein? So gut wie gar nix. Ja, klar doch. Ja, ist doch verdammt nochmal klar. Viel zu viele Lebenspunkte wieder verloren. Und wieder einmal viel zu viel Learning by Doing. Aber dieses Mal sind wir noch kein einziges... Tja, dieses Mal sind wir noch kein einziges Mal K.O. gegangen. Wenn ich doch jetzt bloß noch wüsste, wo ich jetzt hier am besten hinmüsste. Warte mal, ich glaube, das war doch jetzt der falsche Weg hier. Ah, ich weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Dieser Weg war doch sowieso total falsch gewesen. Oh, da denkt man eigentlich, man ist außer Reichweite. Und dann geschieht... Oh, das ist... Das ist so totaler Schwachsinn. Da ist eigentlich genügend Platz, um schon runterzuschlittern. Aber nein... Hier ist nichts und wieder nix, was uns weiterhelfen kann. Ist das jetzt auch wieder euer verdammter Ernst? Tja, gut. Wieder mal nix und wieder nix erreicht. Wir können erst ja gleich unsere Lebenspunkte wieder aufrüsten. Das ist absolut das Einzige, was wir gleich machen können. Oh, immer das Gleiche hier. Na schön. Erstmal Lebenspunkte gleich regenerieren. Phase 1, dann versuchen wir in Phase 2 irgendwie noch einen weiteren Eisblock zu verschieben. Tja, wir müssen es irgendwie noch schaffen, einen Eisblock zu verschieben. Und wenn es eigentlich nicht dieser Eisblock jetzt war... Was soll ich verdammt nochmal dann erledigen hier? Das ist ja... Tja... 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 Irgendwie müssen wir das noch verschieben. Das funktioniert aber nicht. Das auch nicht. Das kann doch jetzt beim besten Willen nicht meinem entferntesten im Bereich des Möglichen sein. Okay, ich hätte noch eine andere Idee. Die wiederum eigentlich auch nichts bringt. Die andere Idee bringt jetzt ja auch nichts. Die andere Idee ist ja auch nichts. Ne, etwas anderes fällt mir jetzt aktuell beim besten Willen nicht ein. Und wisst ihr was? Es ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Es ist mir jetzt wirklich ein bisschen zu blöd, das Ganze. Denn eine Lösung fällt mir jetzt hier beim besten Willen nicht ein. Ich google jetzt einfach mal. So, ich google einfach jetzt mal die Lösung. Weil so lange will ich mich beim besten Willen nicht mehr hier aufhalten. Also, ba 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 ba. So, der Eis-Dungeon. Jetzt bin ich mal gleich mal gespannt, was ich übersehen habe. Okay, so weit so gut. Da habe ich auch alles so gemacht, wie es hier steht. Da kann man auch nicht recht sehr wenig falsch machen. Stachliges Vergnügen. Stachliges Vergnügen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Tja, die Antwort des Ganzen war jetzt erstmal natürlich ja komplette Stille, aber die Antwort, die jetzt hier natürlich ja war, war natürlich die, ich hab den falschen Eisstein heruntergeworfen. Ja, das war jetzt leider des Rätsels Lösungs. Wir haben, des Rätsels Lösung, wir haben den falschen Stein nach unten geworfen. Und da wir den kein zweites Mal runterwerfen können. Also sobald man natürlich ja einen Eisstein runtergeworfen hat, kann man keinen zweiten runterwerfen. Und wie ich ja eben schon sagte, der Fehler war jetzt natürlich der gewesen, wir haben den falschen aktiviert. Runtergeworfen. Tja, dahingehend müsste sich jetzt erstmal alles resettet haben. Außerdem dadurch, dass ich jetzt erstmal nachgeguckt habe, wie ich denn jetzt hier richtig weiterkomme, ist des Rätsels Lösungs hier auch bei dieser komischen... Anderen Situation... Das rote etwas hier... Kann man mit Zauberpuder erledigen. Hat mir auch niemand gesagt. Und wäre auch an sich ja nie auf die Idee gekommen, dieses komische rote Gebilde mit Zauberpulver zu erledigen. Sei es drum. Sei es drum, sei es drum, sei es drum. Bis dann und schau, wir sehen uns dann jetzt erstmal wieder in den nächsten Raum wieder. Dann erledigen wir erstmal wieder den Ritter. Jagen ihn in die Luft. Kriegen dann weitere Magie. Jagen den nächsten Ritter in die Luft. Holen uns ein Herz. Holen uns dessen Bomben. Und Ende Gelände. Nicht gerade sehr viel Wochenende. Ja klar, ich hab... Oh, ich hab diesen Mist doch kaum berührt. Ernsthaft, ich hab diesen verdammten Mist so gut wie gar nicht berührt gehabt. So, weiter im Text. Weiter, weiter, weiter. Jetzt erstmal wieder runter. So, jetzt erstmal wieder die Tür geöffnet. So, wie muss ich jetzt hier noch weiter gehen? Ich schätze mal, es war jetzt so gewesen. Oh, klar doch. Er steht genau vor der Treppe und kann nicht runter. Wie lächerlich. Na gut, weiter geht's. Runterfallen. Runterfallen. Immer weiter runterfallen. Dann jetzt erstmal natürlich gleich erstmal wieder das Feuerfichter erledigen. Äh, Eisficht erledigen. Dann erstmal die anderen Fiecher erledigen. Und dann den weiteren... Skelettritter. So, soweit so gut. Jetzt haben wir erstmal wieder alles so gemacht. Wie man's beim besten Willen auch machen sollte. Gut, wo ist der nächste Skelettritter abgeblieben? Da ist er. So, jetzt erstmal wieder hier längs. Und wieder zurück. Und jetzt zu guter Letzt. Äh, warte mal, da hab ich eine Sache vielleicht vergessen. Ich entferne dann doch schon mal den Schädel. So, und nun zu guter Letzt, liebe Leute von heute. Damit wir aber auch endlich diesen Schwachsinn mal hinter uns haben. Schmeißen wir dann gleich mal den unteren Eisblock runter. Ist das jetzt euer Ernst? Muss ich jetzt einfach nochmal googeln? Das ist doch jetzt nicht euer... Euer verdammter Ernst. Ich habe doch jetzt genau das gemacht, was verlangt wurde. Das einzige, was ich nicht machte, war den unteren Eisblock zu verschieben. Aber der geht wie so aus, überhaupt nicht zu verschieben. Okay, jetzt muss ich doch nochmal die Bilder mir mal ansehen. Okay, so weit, so gut. Ja, aktiviert, alles weg. Feenbrunn hatte ich auch gehabt. Okay, Schlüssel in den Abgrund. Okay, ich lasse die Seite jetzt einfach mal offen. Weil irgendwas mache ich hier immer noch verkehrt. Ja, irgendwas wird hier immer noch verkehrt gemacht. Okay, ich erledige erstmal alle Schatteneidechsen. Aus der Ferne. Na, jedenfalls fast alle. Okay, irgendwas war jetzt noch verkehrt hier. Ich habe aber jetzt zum Glück die Lösungsseite mal aufgeschlagen. Du Idiot. Link, du verdammter Idiot. Okay, das sieht jetzt einigermaßen gut aus. Okay. Okay, das sieht jetzt besser aus. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Es war ein verdammt langer Weg gewesen. Aber jetzt dürften wir es gleich aber auch geschafft haben. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Nervig. Nervig. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Na, dann wollen wir doch doch uns mal in das Gebiet des des vierten Dungeon-Bosses wagen. Das war jetzt nun wirklich die längste Aktion überhaupt gewesen. Oh, Junge. Oh, Junge. Tja! Tja, tja und tja, abgesehen ja von dem Boss des, naja, Wüstendungeons hatte ich bis jetzt bei keinem anderen Dungeon so recht Probleme mit den Bossen gehabt. Das Problem ist immer nur wieder der verdammte Weg des Dungeons. Ja, Link, ich danke dir irgendwie. Du hast mich aus dem klauen Demonstern befreit, hat zwar jetzt viel zu lange gedauert, bist halt ein Lahmarsch, aber ja, danke sehr. Das Volk der Hylia verfügt über magische Kräfte, ebenso wie die sieben Weisen. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weisen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Aber wir haben immer noch mehr Kraft als du in deinen linken Finger. Doch wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weisen verbindet, sind diese Kräfte so stark wie ehemals. Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten vollständig öffnet. Du musst Garnon bezwingen, wenn du das überhaupt schaffst. Dann wird die Schattenwelt wieder zum goldenen Land und das Triforce stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Masters. Wir vertrauen auf dich, Link. Wir haben ja keine andere Wahl. Hast du alles verstanden? Ja. Ja, möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Keine Ahnung, wohin dein Weg dich führt, aber nicht zum Helden. Yay. Toll. Grandios. Ist ja halt alles grandios. Meine Begeisterung ist mir ins Gesicht geschrieben. Oder besser gesagt, meine Begeisterung ist genauso, wie das Wetter jetzt hier gleich aussehen wird. Ja. So ist aktuell meine Begeisterung hier. Verregnet, gewitterisch. Und jetzt müssen wir irgendwie zum sechsten Dungeon rüber. Durch eine Sumpflandschaft. Es ist doch ein Sumpf hier, oder? Naja, das werden wir dann im nächsten Part mal erfahren. Und somit sage ich dir mal Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich werde das Ganze hier noch überleben. Aber ja, wäre diese ganze lästige Angelegenheit jetzt nicht gewesen. Mit diesen eisigen, bekloppten Rätseln. Oder besser gesagt, das nicht. Wenn ich jetzt nicht paar Mal sind die verdammten Stachis reingelaufen. Reingerutscht. In den Abgrund gefallen. Flambiert. Aufgespießt. Magie entzogen wurde. Und was weiß ich, was da jetzt noch war. Geschehen war. Wäre all das nicht geschehen. Wären wir auch viel schneller durchgekommen. Tja. Und somit sage ich jetzt erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Wir machen uns im nächsten Part mal auf den Weg. Zum Sumpf-Dungeon. Bis dann und ciao.